so herzlich willkommen hier zurück bei farcry primal so wir befinden uns im jahr 10.000 bevor christus ich habe meine kamera ich habe mich mal auf der anderen seite gesetzt weil ich festgestellt habe dass ja beim ersten video ich wollte mir besessen habe ist natürlich nie so toll aber diesmal wird alles besser beim letzten mal haben wir entschieden hier unser basis camp aufzumachen und ich soll es nach neuer urbana suchen oder so was wir machen wir jetzt so und wird ja eigentlich dass wir eine leuchtfeuer auf der karte haben und da werden wir mal hingehen mal gucken mal gucken wollnashorn film ok geil schöner rothund so wir müssen jetzt über den fluss da sind mammuts wir versuchen da eigentlich zu killen schade ich habe keine feine mehr lauf das hat nicht funktioniert da weil ich keine feile hatte wie kann ich feile herstellen da war ich einiges an hartholz für da noch für mich ok cool dann versuchen wir nochmal mal dahin zu kommen ich höre nicht mit dem tatsachen hui huah wildschwein ich höre nicht mehr auf den kopf wir können nicht herstellen weil wir haben die zwei wirtschaften sind hier ok können wir sachen mitnehmen ja belohnend so und hier ist jetzt eine außenposten hier ist jetzt eine außenposten von diesen fressviechern also von den fresstypen oder was leuchtfeuer leuchtfeuer sind große feuerstellen die dein gebiet markieren sobald du das erobert hast ok schalte die gegner in der nähe aus und entfache die leuchtfeuer um sie für den stamm zu erobern jo erobere leuchtfeuer schalten schnellreise frei geil ist hier überhaupt einer die nacht ist dunkel und gefährlich die sicht ist schlecht und viele raubtüren sind auf der jagd ja ich bin auf der jagd so aber hier scheint der kenner zu sein oder wie ist alles leer also kann ich das einfach so entzünden muss ich dazu da ist es eins von sechzen bevölkerung erhöht schön so ein fehler oder was ok hier kann ich jetzt mein zeug nehmen schlafen was ist das hier tierfett ok gut wo würde denn das weitergehen guck mal hier hier ist so ein hier ist so ein unbekannter ort ne hier ist so ein typ da ist ein unbekannter ort wölfe ein fähigkeitspunkt krieg hier ja geil aber ja komm ne aber das ist alles so weit weg wen ist man hier zum unbekannten ort das ist mir lieber kurde ich höre doch hier auf jeden fall leute schreien ach da oben die reihe gibt euch gleich gucken wir mal hier drin ich kann nicht bauen ach eine neue tasche ja geil ich weiß jetzt hier aber so besonders dran guck dann rot rot elchhaut geil gut jetzt weiter vielleicht sollte man diesen diesen unbekannten ort mal untersuchen ok weggemacht also so wie es aussieht komme ich ganz hervorragend an der Wildnis klar so weggemacht also so wie es aussieht komme ich ganz hervorragend an der Wildnis klar ja das sollte der ort sein oder aber was gibt es hier jetzt zu sehen genauer wow nein 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 das habe ich jetzt auf jeden Fall entdeckt und wenn wir jetzt schon mal hier sind dann können wir dann könnten wir ja noch so einen Wanger retten wir laufen durchs wasser dass wir diese Spuren nicht verfolgen können was soll ich jetzt von dem Surveidelmeister sagen moin moin joa ist rotieren mawa joa mich 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 joa und dann guck mal hier ist doch eine Höhle siehste ah unter wasser versteckt die Schweinebande ok ok gut dann gehen wir erstmal zu den Wangers grüßt euch Freunde ja nein hm so ah ok id und schwers mir 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 mit mit und mit das ist das ist wenn man hier so schnell ich muss ja erst mal hinterhalt so können wir jetzt weiter ein nach dem anderen es ist ja schon aufregend und warm ist es diesen pilzmantel ist natürlich ein kunstpilz was hier ha ha irgendwas haben wir jetzt hier hingestellt und damit haben wir irgendwas erreicht ja ich würde sagen das war schon mal ganz erfolgreich nicht vergessen misch 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 bis zum nächsten Mal Tschüssi